Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Und da kommt schon der Abbauer, wenn das dann Bergbauer ist. Ach, ging wahrscheinlich auch ohne Scarfold. Ja, da ist aber auf jeden Fall nichts mehr. Wasserrad ist noch nicht gebaut. Keine Ahnung, warum nicht. Wäre auch schön, wenn das funktionieren würde. Ich weiß aber auch nicht wie. Kein blassen Schimmer. Haben wir nicht irgendwo noch so eine Rinne hingemacht, wo das Wasser drin laufen sollte? Ah, hier. Aber das sieht gerade auch nicht so aus, als ob das funktioniert. So, was war hier? Haben wir nichts gemacht. Da haben wir zwar das letzte Mal drauf gestanden, sozusagen. Aber auch nicht wirklich irgendetwas produziert oder so. Ja, hier fehlt irgendwie eine Kerze. Wo kommen das Spider-Red rein hier? Meine Stoppile, das ist er nicht. Spider-Red. 40 haben wir, aber keiner lagert das da ein. Auch gut, oder? Ah, da kommt einer und bringt schon was rein. Aber auch irgendwo anders weg und nicht da, wo ich es haben her wollte. Also diese hier. Ja, schön, wenn jetzt alle kommen und hier mal was machen. Aber wir haben wahrscheinlich noch nicht mal genug Träger. Wo müssen wir mal gucken? Hier unten, naja. Vier Leute sind Träger. Jetzt ist die Frage, ob die auch einen Job in dieser Position haben. Wir haben die Träger genannt. Job Group. Träger. Jetzt ist der falsch. Ach so, den habe ich gerade weggemacht wahrscheinlich. Okay. Ja, komm, dann können wir noch mal da welche rein machen. Fünf Träger haben wir jetzt. Ein Bergmann fehlt uns auf jeden Fall noch. Ja, dann der nicht, weil dem fehlt gerade was. Der Bärmann. Fünf Träger. Fünf Träger. Fünf Träger. Komm, dann kriegt ihr auch noch einen Trägerjob und alles ist gut. Ah, ein zweiter ist schon hingekommen. Okay. Und ist aber auch nicht von hier weggenommen, sondern irgendwo anders weggeholt worden. Der Michael Friedrich hatte mir halt noch geschrieben, dass hier, naja, letztens der Stein fallen gelassen worden sind. Und er meint auch, dass die nun mal gerade zwischendurch die Idee haben, oh, ich brauche jetzt was zu essen. Und ich gehe da jetzt nicht hin, sondern lege den Stein hier hin und gehe was zu essen. Holen. Futter. Ja, wie sieht es mit Futter aus? Gucken wir mal rein. Zwei Brote, ja, das lässt auch nach vom Brot her auf jeden Fall, ne? Könnte besser sein. Getreide ist da. Das liegt an irgendwelchen Bäckern oder sowas, die das nicht machen, ne? Ah, guck mal, hier ist was passiert an dem Wasserlauf. Sieht aber schon komisch aus, ne? Das ist nur die Frage, wie man den kontrolliert. Ich glaube, wir müssen da noch ein Teil dran bauen, davor oder dahinter. Deko war das, ne? Meistens Bench, nee, Boden war das, glaube ich, oder? Aber wo ist denn jetzt der Wasserlauf? Jetzt weiß ich das wieder nicht mehr, ne? Äh, ja, gute Frage. Deko, Deko? Draußen, Deko, da. Äh, ja, lass mal so. Da dann noch ein Wasserrad hin. Könnte gehen, ne? Aber ob das dann funktioniert, ist noch eine ganz andere Frage. Ich glaube, das war unter Werkzeug das Wasserrad, ne? Aber baut auch keiner das Wasserrad. Das ist das Problem. Jetzt ist, glaube ich, eingefroren, ne? Irgendwas passt hier nicht. Also passt schon, aber ist ein Angriff. Äh, Sledging Wolf und ein Evil Badger. Okay. Unwichtig. Was haben wir denn hier noch so? Must be near water, good for beer. Ja, weiß ich auch nicht. Machen wir mal hier hin. Haben wir noch nie gehabt, glaube ich, oder? Weil, also, grunnen. Good for beer. Ja, wo machen wir denn Bier? Brewery brauchen wir dann, ne? Smelter. Kitchen Table, Watcher. Stove. Cooking Fire. Ne, das haben wir alle nicht, ne? Cooking Bowl. Useful to bring water to the mountains. Ja. Schrein. Den haben wir auch noch nirgendwo gebaut, ne? Dann können wir mal hier so hinmachen. Gucken, ob man da was tun kann, aber ich glaube auch nicht, ne? So, was ist passiert jetzt? Da ist noch nichts passiert. Hier wird auch nicht weitergemacht. Hier war irgendwo der Steg. Der ist da. Und hier auch. Alles passiert nicht. Da kommt kein Schrein hin. Da kommt kein... Was war da am Brunnen hin? Liegt alles gerade brach. So, was machen unsere roten Kugeln? Die kommen da auch nicht rein. Warum werden die nicht weggeräumen? Das ist hier noch die Frage, ne? Close Menü. Add Petro Point till grass. Nix. Manage Stockpile. Kann man da irgendwo Prio setzen? Ah, die Prio kann man hier ersetzen, ne? Und das ist Prio 1 tragen, oder? Ne, Händler bedienen. Oder doch tragen. Händler ist hier. Butchering. Und das muss ein Held gewesen sein, weil 47 hatten wir da auch schon nicht. Ein paar echt haben wir überlegen. Haben wir schon mal über 70 gehabt? Kann das sein? Ja, irgendwie geht's hier nicht voran gerade. Buildings. Item Construction. Mining and Dig. Hauling. Ja, eigentlich so, ne? Vielleicht ist ja jetzt besser. Aber wir hatten auch gerade mal nur 5 Leute, die tragen können, ne? Wer weiß, was die gerade tragen. Oh, da wird eine Plattform gebracht. Wo geht die denn unter? Hier wahrscheinlich, ne? Ja, das ist ja ganz cool mit dem Wasser, oder? Da gesehen, reingeschmissen, weg und untergegangen. Jetzt ist die Frage, wo muss denn das Ding überhaupt hin? Fishing Rod ist da. Das war jetzt was für ein Ding? Hier? Ne, ne? Ne, das war das nicht. Wo konnte man sowas kriegen? Weiß ich jetzt gar nicht, ne? Other? Ja, bei Other war das. Machen wir mal da einen hin. Achso, da kann sie so einen ganzen Steg machen dann. Gucken wir uns mal an, wie das da aussieht. Auch im Land. Hier ist noch nix. Außer, dass der Steg auch versenkt worden ist. Da haben wir jetzt einen neuen gebastelt. Ah, da schau her. Das Wasser geht da rein, ohne dass da einer was gemacht hat. Und kann ich da jetzt noch ein Wasserrad drauf bauen? Das wäre jetzt nur eine coole Idee, ne? Ne, geht aber nicht. Und davor hatten wir, glaube ich, eins gesetzt. Aber das ist untergegangen, oder? Wo tue ich mich da jetzt? Ja. Hier weiß ich auch nicht, wo das ist, das Wasserrad. Useful to bring water to the mountain. Ich setze das Rad mal da ein und gucke, was passiert. Wenn denn eins gebaut wird, da wird auf jeden Fall ein Pond gebaut. Ja, und dann? Dann weiß keiner Bescheid, ne? Komm, dann ziehen wir das mal gerade durch. Jetzt habe ich wieder vergessen, wo ich das finde. Dekoration, ne? Hier. Dann würde ich das mal gerne ausprobieren wollen, dass das hier so hingeht. Na, nochmal. Vielleicht geht das ja so dann. Ich habe aber keinen blassen Schimmer. Hier ist nur so ein Teil. Ach, gucke mal da. Fishing Dock ist das. Und was hatten wir da gebaut? Ne, das war woanders. Wo war das andere denn jetzt? Deko? Ne. Oder? Ne, da waren wir ja gerade. Aber, ne? Ja. Wooden Floor Wall. Stone Floor Wall. Ne, das ist ja doof gelaufen, ne? Wir wollten ja das andere haben. Ne, das war schon richtig. Und dann da und dann dort. Zack. Ah, da geht nur einer jetzt hin. Und wenn ich den noch da hinbaue. Okay, da wird weiter gebaut. Das ist eine Kurve, ne? Interessant. Und wird das auch eine Kurve werden. Ach, guck mal da. Das Wasserrad ist gebaut worden. Aber bringt uns das was? Nicht so wirklich, oder? Da wird kein Wasser reingeschaufelt. Das funktioniert da nicht. Äh, Destroy Filled Pond. Und. Machen wir das da weg. Unlock. Und. Setz das mal da hin. Gucken wir mal. Ich glaube, das da kann man dann löschen, ne? Und dann gucken, ob das Wasser da rein transportiert wird. Das funktioniert ja. Und da machen wir mal auch ein Unlock hin. Weil ich da das Wasserrad dann auch hinsetzen möchte. Ah, das geht ja jetzt nicht. Und hat denn das bei Other, oder? Ne, hat man nicht. Deko? Gibt's das auch nicht. Wo war denn das jetzt schon wieder? Ja, Deko aber auf dieser Basis. Okay, das hat er jetzt nicht dahin gemacht. Warum auch immer. Und. Ja, das ist auch wieder so cool gerade gewesen. Okay, das haben wir. Das Wasserrad ist umgebaut worden, aber das Wasser fördert da kein Ding ins Rhein. Voll ziemlich dämlich, oder? Mach das mal ein Unlock. Ja, weiß ich auch noch nicht, wie das klappen kann. Hm. So. 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 Und so. Geht das denn davor, das Wasserrad? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Das hat soweit geklappt. Müssen wir wohl mal schauen, wie sich das hier mit dem Wasser weiterentwickelt, ne? Aber. So Janz weiß ich das auch nicht. Jetzt bauen wir den erstmal ab. Dann können wir da ein Wasserrad noch hinbauen und da das Ding ins. Und dann schauen, ob das irgendwie klappt. Aber. Versprechen tue ich mir auch nichts da gerade von. Fishing Geschichte ist noch nicht fertig, hat also auch nichts gebracht. Wie wir das Wasser in die Berge kriegen, habe ich keine Ahnung drüber. Irgendwie sieht das gerade nicht so aus, als ob das funktioniert. Hier wurde noch was gebaut, ja. Muss mal schauen. Gut. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren. Und ja, ich gehe davon aus, dass wir uns in der Folge 231 dann wiedersehen. Ich wünsche euch noch was und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.